Was ist ein duales Studium? Welche Standorte gibt es? Ist mein Abschluss dann anerkannt? Wie sieht eine typische Woche aus und kann ich einfach vorbeikommen? ISTL verbindet ein solides Theologiestudium und innovatives Denken mit jugendlichem Feuer. Hier werden junge Männer und Frauen zu charakterstarken und geisterfüllten Leitungspersonen ausgebildet, um Gottes Auftrag in der Welt zu erfüllen. Durch das duale Ausbildungskonzept wirst du als Studierende ein festes theologisches Fundament und gleichzeitig einen starken Praxisbezug haben. Das erreichen wir durch unsere einzigartigen vier Schlüsselwerte, auf die sich unsere Ausbildung konzentriert. Durch das Studium der Bibel erarbeitest du dir solide theologische Fachkenntnisse. Akademisches Lernen fördert das intellektuelle Denken sowie das Reflektieren und Verarbeiten von grundlegenden Fragen der Theologie. Wir fordern dich heraus, einen christusähnlichen Charakter und feste Überzeugungen zu entwickeln. Dadurch wirst du erfolgreich und gradlinig in deinem Dienst stehen können. Regelmäßige Gebetszeiten, Einsätze und eine inspirierende Schulkultur werden dein geistliches Leben fördern, denn wir legen einen großen Wert auf die Entwicklung deiner persönlichen Beziehung zu Gott. Studium und Anwendung sind bei uns eng miteinander verbunden. Das, was du studierst, sollst du auch in deinem Praxisfeld umsetzen. So lernst du, ein Macher des Wortes zu werden. Durch die verschiedenen Studienzentren im deutschen Sprachraum wird es möglich, dass die Ausbildung im Kontext der Lokalgemeinde stattfindet. Dadurch sind die Studierenden nah an ihrer Gemeinde und werden zusätzlich praktisch gefördert. Welche Voraussetzungen musst du also fürs Studium mitbringen? Grundsätzlich benötigst du eine abgeschlossene Erstausbildung, um bei ISTL zu studieren. Zudem gilt, dass du dich bereits in einer lokalen Gemeinde oder einem Missionswerk investierst. Du verspürst den Ruf, in den teil- oder vollzeitlichen Dienst zu gehen. Du bist lernbereit, belastbar, diszipliniert und stehst in einer lebendigen Beziehung mit Gott? Dann bist du hier richtig! Übrigens ist unsere jüngste Studierende 18 und unser ältester Studierender 56. Jeder hat hier seine individuelle Vorgeschichte. Manche kommen aus dem Handwerk, dem Bürojob, direkt aus der Berufslehre oder sind gerade mit dem Abitur fertig. Doch das brennende Herz für Jesus haben alle gemeinsam. Was erwartet dich jetzt, wenn du dein Studium bei uns startest? Das Studienjahr beginnt mit einem Kick-off im September und dauert bis Juni. Im Juli und August ist Sommerpause. Der Unterricht wird in Blockkursen durchgeführt. Dies unterstützt Studierende dabei, sich in das jeweilige Thema fokussiert zu vertiefen. Die verschiedenen Studiengänge dauern zwei bis acht Semester. Dein Studium bei uns ist dual. Das bedeutet, dass fachliches Lernen und Praxiserfahrung parallel stattfinden. Konkret bedeutet das, dass du jeweils montags und dienstags, also zwei Präsenztage, in deinem Studienzentrum verbringen wirst und zusätzlich einen Tag Selbststudium absolvierst. Dabei wird die intellektuelle Seite an dir gefördert. In der zweiten Wochenhälfte leistest du zehn bis zwölf Stunden Praxis, bei der du das Gelernte anwenden kannst. Du wirst an der Seite von leitenden und kompetenten Dozentinnen und Dozenten das Handwerk für den vollzeitlichen Dienst erlernen. Wichtig ist uns dabei auf Augenhöhe. Was erwartet dich als Absolvent? Du bist mit einem tiefen fundierten Bibelwissen ausgerüstet, fühlst dich auch in den praktischen Aufgaben sicher. Deine Beziehung zu Gott ist gewachsen und dein Charakter für deinen kommenden Dienst geschliffen. Was nun? Durch die ECTE-Akkreditierung stehen dir zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten auf Master-Ebene offen. Die Ausbildung bei ISTL orientiert sich am europäischen Bologna-Standard und ist daher an vielen deutschen oder auch weltweiten Schulen anschlussfähig. Je nach Berufung finden sich unsere Absolvierenden in verschiedenen Aufgabenfeldern wieder, wie beispielsweise Jugendarbeit, Gemeindebau, Auslandsmission oder Gemeindegründung. Besuche uns an einem unserer Standorte zu einem kostenlosen Schnuppertag. Auf diese Weise kriegst du einen authentischen Einblick ins Studium und kannst uns deine persönlichen Fragen stellen. Wir freuen uns, dich kennenzulernen.